Was geht Leute, mein Name ist Danny Jess und heute werden wir malen. Wir spielen heute nämlich Just Draw, wo wir zurück sind bei einem Spiel, wo wir ein Bild sehen und etwas dazu malen müssen, was fehlt. Da wird zum Spiel, es regnet und wir sehen eine Frau und naja, dann müssen wir wahrscheinlich ein Ding schon malen. Also das ist eigentlich ganz simpel, aber ja. Meist aber nicht sogar schlecht in simplen Sachen, obwohl, warte, ich nehme es zurück, ich bin eigentlich ziemlich gut in simplen Sachen. Aber ihr wolltet mehr davon sehen und deswegen werde ich auch mehr davon machen. Ich weiß, ich hätte wahrscheinlich so oder so mehr davon gemacht. Weil es ist ein wirklich cooles Spiel, es macht wirklich Spaß. Also lasst uns zeichnen. Ich wollte nur jetzt anmerken, dass ich wirklich schlecht im Zeichnen bin. Also ich kann nicht malen. Vielleicht könnte ich abstrakte Sachen malen, aber ich glaube, das kann eigentlich jeder. Wie auch immer, Abonnieren kostlos und lasst dann oben dafür mehr Videos. Okay, dann lasst uns reingehen und gucken. Was fehlt hier? Also der Typ will ja malen, richtig, aber was fehlt da? Vielleicht eine A, eine richtig gute Note. A heißt ja, nein, okay. Oh, verdammt, ich habe irgendwie Werbung weggemacht. Wieso kommt jetzt Werbung? Okay, ich habe wortwörtlich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Achso, vielleicht sowas hier, ein Viereck. Viereck vielleicht? Was? Wieso ist das falsch? Was soll ich sonst malen? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte einen Hinweis holen, aber ich will nicht. Oh mein Gott, das ist das Erste. Aber ich mache das Level 33, um ehrlich zu sein, aber trotzdem. Ich brauche einen Hinweis. Verdammt, das ist peinlich. Quadrat! Mein, das habe ich doch die ganze Zeit getan. Was habe ich denn gemalt außer Quadrat? Ich meine, gut, das ist ein Viereck, kein Quadrat, aber könnte falsch... Oh mein Gott. Wieso kommt jetzt Werbung? Warte, 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 Quadrat. Ich mache jetzt ein Quadrat. Das ist jetzt kein Viereck, aber ein Quadrat. Puh. Warte mal. Wieso zum Teufel? Ist das ein Quadrat? Wieso sind die Punkte dann so angezeichnet? Ich check das nicht. Okay, wir haben mal entspannt. Ich zeichne. Was fehlt? Wir haben eine Unterhose und eine Socke. Ich meine, es fehlt wahrscheinlich noch die zweite Socke, oder? Ich würde sagen, es fehlt noch die zweite Socke, vor allem, weil das rote ist. Also, richtig? Yes! Oh Gott, sei Dank. Okay. Was fehlt hier? Eigentlich gar nichts, so wie ich das sehe. So wirklich absolut gar nichts. Aber na gut, um das Level zu schaffen, werde ich halt eben das mal... Nein, das ist falsch. So vielleicht auch nicht. Okay, vielleicht dann noch da, so, hier bitte sehr, und hier auch noch. Nein? Okay, warte mal. Ich meine, eigentlich ist es klar, was du brauchst. Willst du jetzt sich ein BH malen, oder soll ich ihr gleich ein Pullover geben? Ich meine, vielleicht bist du eher eine Frau, die keine BHs trägt. Sowas gibt es ja. Hat sie gerade ihre Hände weggenommen, und man konnte trotzdem durchsehen. Hast du keine Rippe? Okay, sie schaut mich echt merkwürdig an gerade, aber akzeptiere ich jetzt einfach mal. Feichne. Ah, naja, das ist halt so ein Ding, und dann so ein Ding, und dann irgendwie so ein Ding, oder? Nein? Scheiße. Was war das nochmal? Ein Totenkopf war das, ne? Ich hab vergessen gerade, wie sowas aussieht. So vielleicht? Oh mein Gott, ich hab vergessen, was da nochmal hinkommt. Ich mach einfach noch ein X hin. Nope. Ich hab keine Ahnung gerade, jetzt ohne Scheiß. Eigentlich kommt ja... Ah, genau, so ein Typ mit Augen, mit einem Ding, und dann... Äh... So. Haaaaaaah. Wir tun Werbung. Irgendwas mit dem Kreis, das weiß ich auf jeden Fall, oder? Okay, gib mir einen Hinweis. Das ist gerade echt unangenehm, dass ich das nicht weiß. Ein Schädel. Ja, das war ja mein Ziel. Wieso kommt schon wieder Werbung? Das große Problem an der Sache, ich weiß nicht genau, wie ein Schädel geht. So. Warte, so vielleicht, und dann so. Komm schon. Oh, okay. Okay. Was fehlt? Naja, ich würd sagen, Sonne, oder? Ich würd sagen, Sonne fehlt auf jeden Fall. Würde sagen mir, das ist richtig. Könnte falsch sein. Das sollte aber nicht falsch sein eigentlich. So, ne Sonne. So, das muss aber so gut sein, oder? Nein? So, vielleicht noch Striche? Komm schon, ne Sonne. Er mag doch keine Sonne. Haaaaaaah. Warte mal. Es muss ne Sonne sein, auf jeden Fall. Ich mach dir mal ein bisschen kleiner, die Sonne. So. Jetzt ist sie ein bisschen kleiner, auf jeden Fall. Das heißt, der könnte falsch sein. Wieso aber? Vielleicht hier die Sonne hin? Vielleicht soll ich sie nicht bemalen, oder so? Es muss ne Sonne sein, es muss ne Sonne sein. Ich bemalen, ich werd sie mal nur den... Ja, genau, das funktioniert. Okay, alles klar. Also, das Spiel mag es nicht, wenn ich es ausmale, habe ich das Gefühl, ein Stern. Warte, ein Stern war ich gut in... Ich will ein guter Stern malen, so. Ja, Sterne kann ich ziemlich gut malen. Ich hab das schon als Kind jeden Tag gemacht. Und naja, jetzt bin ich Profi halt darin, wie ihr sehen könnt. Tja, wie kann ich dir helfen, Bruder? Ja, dir fehlt eine Hand, richtig? Ähm, okay. Wir malen dir einfach eine neue. Und? Das ist aber ne ziemlich hässliche Hand. Dazu würde ich auch vielleicht nein sagen. Dazu würde ich auf jeden Fall auch nein sagen. Wieso ist das falsch? Wieso ist das falsch, Bruder? Wie kann ich... Ich meine, es muss ja ne Hand sein, richtig? Okay, also, es muss ne Hand sein. Es ist... Ich kann's mir nicht anders vorstellen. Mein Stift ist halt nur mega fett. Vielleicht soll ich das so zumachen? Nein. Vielleicht ein Gips? Oh, mein Gott. Man kann auch die Werbung nicht ausschalten. Oh, mein Gott. Ich bin halt echt frustriert. Also, ich probier's nochmal. Wenn's jetzt nicht funktioniert, dann... Ja, Hinweis. Gib mir einen Hinweis. Wenn's keine Hand ist, hab ich keine Ahnung. Wer hat es gedacht, dass er von mir in der Hand will? Wer hat es gedacht? Oh, mein Gott. Das Spiel macht mich so fertig. Es ist gut, aber gleichzeitig so beschissen. Ich bin... Ich meine, ich kann ne Hand malen. Okay, aber dann bitte mit vier Fingern nur... Das Ding ist, der Stift ist so fett. Der Stift ist so fett. Okay, ich mach ne ganz kleine Hand einfach hin. Hier, bitte ne kleine. Oh, mein Gott. Ich bin... Ich... Was soll ich tun? Was soll ich tun? Er will nicht. Okay, Antwort. Gib mir ne scheiß Antwort. Wie sieht die Hand aus? Wie sieht bitte die Hand aus? Mein Stift ist so fett. Ach, danke für die Information, wie eine Hand aussieht. Vielen Dank. Es ist immer noch falsch. Kann ich das Level bitte schaffen? Auch wenn ich Tiss bekomme. Wie? Ich skippe das scheiß Level. Dieses scheiß Level skippe ich. Es funktioniert nicht. Okay. Okay, nächstes Level. Vergessen wir, was passiert ist gerade. Was fehlt? Naja, wahrscheinlich sowas hier. Nein, könnte falsch sein. Wieso könnte das falsch sein? Warte, ich hab ne Idee. Natürlich. Das mit der Werbung, die übertreiben echt so hart gerade. So, ich hab noch nie so viel Werbung gesehen in einem verdammten Videospiel. Wirklich nicht. Und dass man sie nicht mehr wegkaufen kann mit Geld. Immerhin hab ich das Level geschafft. Ich weiß zwar nicht wie, aber anscheinend hab ich es geschafft. Ich meine, du brauchst eine Socke, das ist klar. Das Level war ziemlich einfach. Sieht sehr sexy aus übrigens. Ich hoffe, ich bekomme deine Nummer. Du hast keine Uhr. Also, die Level wären jetzt echt easy. Äh, oder auch nicht. Warte mal. So und so, oder? Ich meine, das ist eine Uhr. Nein, keine Uhr. Komm schon, das ist doch eine Uhr, oder nicht? Wir geben dir ein Armband. Da kannst du mitmachen. Okay, das wird... Ich weiß nicht, wie in diesem fetten Stift, wie ich da eine Uhr mitmachen soll. Ich hab keine Ahnung. Okay, warte mal. Du willst eine Uhr haben, richtig? Ich meine, das muss ja eine Uhr sein. Ich mach mal den hier und... Auch nicht. So, vielleicht so. Ich meine, man erkennt, dass es eine Uhr ist, aber das Spiel denkt sich so, nee. Ich will einfach nicht, dass da eine Uhr ist. Machen wir so und so. Ja, das Ding ist, mein Stift ist so fett. Mein Stift ist so fett. Okay, wenn da... Ich weiß nicht, wie eine Uhr aussieht. Sorry, ich weiß nicht, wie ich eine Uhr machen soll. Das muss funktionieren. Tut's aber nicht, okay. Es tut's einfach nicht. Ja, könnte falsch sein. Wenn da jetzt Uhr steht, ne? Wenn da jetzt Uhr steht, dann quitte ich. Armbanduhr. Ja, okay. Dann zeig mir bitte, wie sie aussehen soll. Das muss ich auf jeden Fall wissen. Oh, danke dir. Danke dir. Danke dir. Wirklich vielen Dank. Zum Glück. Skip. Zeichne, was fehlt. Naja, wahrscheinlich wieder dieser Kopf, oder nicht? Komm schon, bitte sag mir ja. Bitte sag mir ja. Sklapp doch einfach. Oh mein Gott. Also so. Man muss es, glaube ich, größer machen. So und dann so. Könnte falsch sein. Vielleicht willst du den Kopf in deinen Händen tragen. Nope. So. Nee. Oh mein Gott. Was weiß ich? So vielleicht. So, warte. Ich mach dir noch Augen. Ich meine, mir fällt nix ein. Oh mein Gott. So, was soll ich denn machen außer ein Kopf? Da muss ein Kopf hin. Es muss ein Kopf hin. Ja, okay. Gib mir einen Hinweis. Gib mir einen Hinweis. Dann schau ich halt wieder zehn Jahre Werbung. Ein Schädel. Ich versuch doch ein Schädel. Mein Gott. Uh. Entspann dich, Danny. Entspann dich. Ich war selten so angepisst beim Malen. Ich weiß halt nicht, wie ein Schädel geht. Ich kann das nicht malen. Es, es funktioniert. Was brauchst du? Was ist das für eine Farbe? Sonne. Du brauchst eine Sonne, oder nicht? Ich meine, gut, das ist eine hässliche Sonne. Ich weiß, aber das ist eine Sonne. Brauchst du keine Sonne? Dir ist ja kalt. Ah, Feuer. Feuer. Natürlich. Nein? Nein? Also gut, Bro. Wenn du kein Feuer brauchst, dann habe ich keine Ahnung. Ich meine, das muss ja ein Feuer sein. Es ist ein Feuer. Was soll ich sagen? Es ist ein Feuer. Entweder du brauchst eine Sonne oder ein Feuer. Eins von beiden. Nur, wie sieht ein Feuer aus? Ich meine, eigentlich bin ich ganz gut im Feuermalen. Aber gerade anscheinend nicht. Und ich gehe jetzt in den Hinweis. Okay, ich habe es probiert. Ich sage, ich kann es nochmal probieren. So. Das sind doch die Feuerdinger. Die Feuerdinger, die da oben hinkommen. Okay. Gib mir einen Hinweis. Und dann will ich sehen, wenn da jetzt Feuer steht. Oder Lagerfeuer. Dann. Dann. Ich habe es probiert. Oder Sonne. Ich habe es auch probiert. Wenn da jetzt was ganz Neues steht, dann kann ich nicht sauer sein, weil ich einfach nicht aufkommen bin. Okay. 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 Ich probiere es nochmal. Wenn nicht, dann will ich sehen, wie er mir das zeichnet. Ich will es nochmal. Und dann will ich sehen, wie er mir das zeichnet. Ich will. Weißt du was? Ja. Ich muss auch nochmal. Ich schaue nochmal zwei Erwerbungen. Und dann will ich sehen, wie ich das zeichne. Okay. Ich will sehen, wie ich das zeichne. Okay. Ähm. Hm. Also ich war anscheinend zu dämlich. Muss ich ehrlich gestehen. Aber es ist nicht zu spät. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, wie ich ein Lagerfeuer male. Endlich habe ich es geschafft in meinem Leben. Ich meine, das ist eigentlich relativ easy. Wir machen einfach einen Stern hin, oder? Ich meine, ein Stern macht keinen Sinn. Ich weiß. Aber vielleicht klappt es ja. Ja, es hat funktioniert. Oh mein Gott. Ich habe einen neuen Stift reingeschaltet. Ich glaube, ich nehme den sogar. Weil ich glaube, ich werde dazu noch ein Video machen. Weil ich kann das Video nicht so stehen lassen mit Rage. Ich kann es aber nicht. Aber na gut. Das war es für das Video. Vielen Dank für's Zuschauen. Lasst dann noch um. Dafür mehr davon. Abonnieren kostenlos. So, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.